Hallo Leute, ich gucke mir heute mal ein Video an, das Leben als Atheist und seine Folgen. Das kommt von dem Kanal ImanTV aus Österreich und normalerweise hätte ich nur einen Kommentar geschrieben. Aber leider sind das solche Heuchler, dass meine Kommentare sofort geblockt werden, weil die so Angst vor mir haben, dass ich dort nichts sagen darf. Deswegen mache ich das mal auf dem Wege über hier ein Video, ein Antwortvideo sozusagen. Mein Kommentar. Das heißt also, ich kommentiere ein Video, in dem ein Typ anscheinend einen Vortrag hält. Er steht auf jeden Fall vor einer Wand, auf die irgendetwas projiziert wird. Und er erzählt etwas über Atheismus. Atheismus. Ein Ismus, ich meine das kann ja jeder nachgucken, ist immer verbunden mit Handlungen, Folgen, Doktrinen, mit einem Ziel. Aber ein Ungläubiger hat dies alles nicht. Das heißt also, ich bezeichne mich erstmal selber nicht als Atheisten, sondern ich bin einfach nur jemand, der keinen Götterglauben hat. Das heißt also, ich habe einen Mensch plus einen Götterglauben ist gleich Theist. Der Mensch plus nichts davon ist einfach nur ein Mensch. Das heißt also, ich bleibe Mensch und werde mich nicht identifizieren als etwas, was ich ja gar nicht bin. Das ist also Blödsinn. Er guckt sich also diesen Atheismus, den es eigentlich gar nicht gibt, guckt er sich mal an und beweist hier, dass er dauernd redet über Ungläubige, über Atheisten, über den Atheismus, über Wissenschaft, über alles Mögliche, aber keine Ahnung hat, was Wissenschaft ist oder was Atheisten sind. Und gegen Ende des Videos, das ist ganz interessant, sagt er, ich würde gerne mal einen Atheisten fragen. Und ich würde gerne einen Atheisten fragen, bist du konsequent mit diesen Aussagen? Naja, warum tut er das nicht? Es gibt mehr Atheisten als Muslime. Also er muss da irgendwo einen Atheisten auftreiben können, zur Not kann er ja mich fragen, denen er solche Fragen stellen könnte. Das Doofe ist nur, er bekommt dann eine Antwort. Und die wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen, weil er sich hier doch sehr stark, naja, blamiert. Er zeigt hier, dass er wirklich wenig Ahnung hat von dem, was er hier erzählt. Er erzählte mir zum Beispiel, dass Empirie ... Empirie ist die Erkenntnis, basierend auf die Erfahrung. Das heißt, eine erfahrungsbasierte Erkenntnis. Wie? Durch die menschlichen Sinne. Das heißt, alles, was ich sehen kann, alles, was ich riechen, schmecken, fühlen usw. kann ... Eine persönliche Erfahrung ist. Und das ist alles andere als eine persönliche Erfahrung. Es ist eine methodisch-systematische Sammlung von Daten, die die persönliche Erfahrung völlig ausschließt. Die persönliche Erfahrung ist in der Wissenschaft null wert. Oh boy, naja, menschliche Sinne sind hier überhaupt nicht gefragt, dass sie unvollkommen beschränkt sind. Seit 50.000 Jahren, okay, gibt es nachgewiesenermaßen einen Götterglauben. Das sind dann Höhlenmalereien, das sind alle möglichen Sachen. Das heißt, seit 50.000 Jahren versuchen Menschen, anderen Menschen klarzumachen, dass es Götter gibt, und seit 50.000 Jahren packen die das nicht. Es gibt nicht einen einzigen Beweis, dass Götter existieren. Und jetzt passiert das, was wir hier in diesem Video sehen, dass nämlich jetzt ein Muslim einfach nicht in der Lage ist, seinen Gott zu demonstrieren, sondern einfach nur plädiert, dass sein Glaube an den Glauben akzeptiert wird. Weil ja diejenigen, die das nicht tun, keine richtigen Argumente dagegen haben und die, die sie haben, sind Blödsinn. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Schwachsinn ist. Okay, jetzt kommt der also mit Denkweise. Was für eine Denkweise habe ich denn? Ich habe keine Denkweise. Alles, was ich einen Menschen frage, der einen Götterglauben hat, ist, okay, kannst du mir bitte deinen Gott demonstrieren? Kannst du mir zeigen, dass der existiert? Nein, kann er nicht. Und damit ist das schon das Ende. Das ist doch keine Denkweise, dass ich jemandem sage, bitte beweise deine Behauptung. Oder kannst du deine Behauptung in irgendeiner Weise demonstrieren oder beweisen, darstellen oder sonst irgendwas? Das ist doch keine Denkweise. Das ist doch ganz normal. Also die Denkweise wurde nicht von der Kirche unterbunden, sondern einfach nur, es wurde abgelehnt und ganz stark bekämpft, dass jemand in irgendeiner Weise die Kirche infrage stellt. Bis zum 17. Jahrhundert. Dann gewann es langsam an Popularität. Und vor ein paar hundert Jahren ist es nicht so, dass jetzt der Mensch ohne einen Götterglauben, dass das populär wurde. Nein. Sondern wir hatten Erkenntnisse und Wissen, die uns ermöglicht haben, zu sagen, der Glaube, dass ein Blitz durch einen Gott irgendwie hergestellt wird oder Wolken oder Regen oder Wirbelstürme oder Erdbeben oder sonstiges. gesagt, das ist dann wissenschaftlich erklärt worden, sodass wir dann keine Götter mehr brauchten, um diese natürlichen Phänomene in irgendeiner Weise zu beschreiben. Das heißt also, wir haben nur noch drei, sagen wir mal, Bereiche offen, wo wir heute immer noch nicht wissen, wo eigentlich der Ursprung ist. Und das ist Universum, das ist Leben und das ist das Bewusstsein. Aber bloß, weil wir da die Antworten nicht wissen, müssen wir doch nicht sagen, das waren die Götter. Und jetzt kommt er, also er versteht wirklich nicht, wovon er redet. Er sagt zum Beispiel, Darwin hat diesen Mechanismus erfunden. Und der bekannte Name natürlich Charles Darwin, Evolutionsbiologe, der den darwinschen Evolutionsmechanismus entwickelt und erfunden hat. Nein, die Evolution, die passiert. Darwin war der Erste, der es erkannt hat und zusammengebracht und beschrieben hat. Das heißt also, er hat das nicht erfunden und seitdem ist es so, sondern er hat es einfach nur dargestellt. Er war der Erste, der die Zusammenmenge dargestellt hat und das war es. Ich meine, das war super, weil es vorher, ich meine, es gab ja einige, die schon vorher auf dem richtigen Weg waren. Nur er war halt der Erste, der es dann wirklich aufgeschrieben hat. Und dann sagt er, nach vier Minuten. Und heute, geehrte Brüder, haben wir es mit den sogenannten neuen Atheisten zu tun. Nein, es ist nichts Neues da drin. Nein, wir nehmen, wir, ich sage jetzt mal wir, wir Atheisten, obwohl ich diesen Begriff scheußlich finde, ich nehme keine Wissenschaft in Anspruch. Und vor allen Dingen nehme ich die Erkenntnisse und die Errungenschaften der Wissenschaft nicht so in Anspruch, dass ich sage, es gibt keinen Gott. Das ist völliger Schwachsinn. Dieses ganze Agnostik-Geschwafler. Ich kann nicht wissen, dass ein Gott existiert. Ich kann nicht wissen, dass kein Gott existiert. Es ist eine Sache des Glaubens. Das heißt also, epistemologisch muss ich unterscheiden zwischen Glauben und Wissen. Und die Gnostik oder Agnostik sagt einfach nur, ich bin sicher und ich weiß, dass es Götter gibt oder dass es keine Götter gibt. Und das ist Blödsinn. Es kann keiner wissen, ob es Götter gibt oder nicht gibt. So, und genauso ist es dann jetzt auch mit Dokens. Und hier lügt er. Also das ist wirklich gelogen. Weil Dokens ist der Erste, der sagt, ich habe eine Skala von 1 bis 7 und er beschreibt die. Und er sagt selber, ich bin nicht eine 7, sondern ich bin eine Nummer 6. Das heißt also, ich behaupte nicht, dass es keine Götter gibt. Also ich kenne keinen ungläubigen Atheisten, keinen Menschen, der eben keinen Götterglauben hat, der behauptet, es gäbe keinen Gott. Das ist unsachlich. Ich kann das sagen, wenn ich auf dem Stammtisch sage, nee, Götter gibt es doch nicht. Natürlich, aber sobald man mich dann etwas näher befragt und ich dann etwas präziser werde, dann sage ich ganz klar, nein, das geht nicht. Man kann es nicht wissen. Ich kann es nur glauben. Und Dokens hat das schon überhaupt nicht gesagt. Und Wissenschaftler, andere Wissenschaftler. Ich meine, er schmeißt jetzt sinnlos Namen rum. Warum? Es ist völlig irrelevant, welcher Wissenschaftler was über wen, worüber, in welcher Art gesagt hat. Das sind persönliche Meinungen, die sind irrelevant. Und ein Atheist kann nicht sagen, wir leben in einem geschlossenen System. Das ist Quatsch. Ein Atheist bezieht sich nur auf Götterglauben und sonst gar nichts. Meine Güte. Schauen wir uns die Folgen des Atheismus an. Jetzt kommt er nach fünfeinhalb Minuten, Folgen des Atheismus. Und dann kommt er wieder auf Wissenschaften zurück. Warum, weiß ich nicht. Er sagt dann Theorien. Crick zum Beispiel, sagt er, er ist der Mitentdecker der DNS. Völliger Blödsinn. DNS kennen wir seit, weiß ich was, 1870 oder 18, weiß ich was, aus der Schweiz. Watson und Crick haben lediglich die genaue Beschreibung, die Doppelhelix dann, erkannt und aufgeschrieben. Und haben dann erkannt, dass es Gene sind und wie das Ganze zusammenspielt in den 50ern. Mehr aber auch nicht. Also ich verstehe das gar nicht. Es ist doch so einfach, mal solche Sachen nachzugucken. Und dann sagt er, der Mensch, weil er einfach nur eine Amtssammlung vom Atom ist, das ist nun mal so, hat er keine Moral. Er hat also, wie das Fleisch in der Theke. Also solche Plattitüden, so viel Blödsinn, so viel Idiotie kann es doch heutzutage im 21. Jahrhundert gar nicht mehr geben. Das Fleisch in der Theke, das kommt von irgendeinem Tier, welches nicht das Bewusstsein hat, was ein Mensch hat oder was sonstige Primaten haben. Aber auch Tiere haben Moralvorstellungen. Das gibt es auch in der Tierwelt. Das ist nicht nur beschränkt auf Menschen. Das heißt also, die Moral von Tieren ist ganz klar nachzuweisen. Und da jetzt einen objektiven Maßstab irgendwie herbeizureden, beizureden, den es überhaupt nicht gibt. Das ist so idiotisch. Ich meine, man muss sich doch nur mal angucken, was die Götter da alles verbraten. In der Bibel steht genauso drin, wie ich Sklaven behandeln soll. Und genauso ist es im Koran. Aber komischerweise ist es dann den Muslimen heutzutage peinlich, dass eben diese Sklaverei, diese Sklavenhaltung, diese Sexsklaven und diese ganzen Beschreibungen im Koran und in der Sekundärliteratur vorhanden sind. Dann plötzlich heißt es, so ist es ja nicht gemeint. Weil nämlich die Moralvorstellungen von vor tausend Jahren heute nicht mehr dieselben sind. Genauso, wenn ich sage, Mohammed, der Prophet im Islam, der hatte Sex mit einer Neunjährigen. Das ist ganz klar, Muslimen heute peinlich. Also versuchen sie, die auf 17, 18 hochzureden. Obwohl das in meinen Augen nicht viel besser ist, weil ein 54-Jähriger, der Sex mit einer Neunjährigen oder 17-Jährigen hat, ist nicht viel Unterschied. Aber gut, da sieht man mal, dass die Moral, die Maßstäbe sich verschieben in der Gesellschaft. Und dann kommen alle möglichen, Martin Luther hat Schwarzen geholfen. Oh boy. Was hat es Martin Luther gebracht, den Schwarzen zu helfen? Also, ich weiß nicht, warum die Leute so einen Schwachsinn machen. Warum können die sich, warum kommt der nicht mehr zu mir und sagt mir, pass mal auf, hey, du hast auch diesen Götterglauben nicht. Wie kommst du eigentlich durchs Leben? Wie passiert das? Was machst du eigentlich? Dass man mal in einen Dialog kommt, sich unterhält und austauscht, dass man dann mal erkennt, okay, der eine macht so, der andere macht es anders. Wobei ich davon überzeugt bin, dass die Muslime genauso sind, wie ich auch. Das heißt also, wenn jemand auf der Straße hinfällt, helfen die dem Hoch, genauso wie ich es mache. Genauso, wenn jemand ein Portemonnaie verliert, dass man das aufhebt und den wiedergibt. Das werden die genauso machen. Das heißt also, Muslime sind nicht anders als ich auch in ihren Moralvorstellungen. Es gibt nur welche, die völlig verblendet sind und die völlig daneben sind, die da denken, sie tun was Gutes, indem sie andere Leute umbringen oder was immer, im Namen ihres Gottes, dass sie dann Pluspunkte haben. Aber das hat nichts mit den normalen Muslimen zu tun. Es ist nur leider so, dass das im Islam propagiert wird. Und das ist eben das Problem. Und da müssen wir uns mal drüber unterhalten und gucken, wie man das ins 21. Jahrhundert bekommt. Das war alles. Das heißt also, da jetzt zu sagen, deine Mutter war nur eine Ansammlung von Atomen, also brauchst du dich nicht zu grämen, wenn sie jetzt nicht mehr hier ist. Das ist doch albern. Das sind doch reine Plattitypen. Das ist doch Blödsinn. Er versteht auch nicht den Unterschied zwischen Prozess und dem Ergebnis. Das heißt, ein Prozess muss nicht unbedingt einen Sinn ergeben. Ein Prozess muss nicht unbedingt ein Ziel vor Augen haben. Wenn Gott nicht existiert, dann sind wir das Ergebnis eines ziellosen, sinnlosen, chaotischen, physikalischen, irrationalen Prozesses. Dass wir dann das Produkt dieses Prozesses sind, dann sage ich einfach nur Danke, dass ich in der Lage bin, das Leben, was ich habe, zu genießen und mache das Beste draus. Anstatt mich jetzt fünfmal am Tag auf die Knie zu hauen und dann noch irgendwie irgendwelche Rituale zu vollführen, die in meinen Augen zunächst gut sind. So, und das ist meine Vorstellung und deswegen bin ich kein schlechterer Mensch und kein besserer Mensch und vor allen Dingen interessiert es mich überhaupt nicht, wie andere Menschen ihren Glauben ausleben, solange er mich nicht tangiert und solange er keine Konsequenzen hat für andere. Jeder kann glauben, was er will. Egal welche Hautfarbe, oder welche, das ist alles völlig egal. Das heißt also, dieses ganze Video, dieser ganze Schwachsinn, das Leben als Atheist, das ist völliger Blödsinn und ich würde es begrüßen, wenn sich mehr Leute mal unterhalten darüber, anstatt hier nur so einen Schwachsinn von sich zu geben, einen Namen um sich zu werfen und dann so zu tun, als ob man irgendetwas Wissenschaftliches versteht, was überhaupt nicht der Fall ist. Danke und bis zum nächsten Video. Wenn es nicht gefällt, dann gebt mir ruhig einen Daumen runter, das ist okay, aber gebt mir auch einen Daumen hoch. Aber schön wäre es, wenn ihr mir sagt, warum. Danke, bis demnächst. Tschüss. Und Francis Crick war ein Atheist und er hat folgendes Zitat getätigt.